Wow, Leute! Heute machen wir kleiner Ball gegen großer Ball gegen meinen besten Freund Brex hier. Und wir werden heute der größte Ball in Roblox, Freunde. Schaut dieses Video bis zum Ende an, damit ihr seht, wer gewonnen hat. Und ich wollte mal sagen, Brexi, bist du bereit? Ja, ich bin richtig bereit, Udi. Dann geht's los, ich höre schon mal. Tschüss! Und wir können sogar Drehrad drehen. Und ich hab gedreht. Oh Mann, ich hab null Spins. Wir können doch nicht, Brexi. Oh, ich wurde aufgegessen. Haha, du Blödmann, ich kann hier ein Geschenk beanspruchen. Ich hab schon 2.000. Oh, oh, ich werde gegessen und hab's genommen. Boah, Udi, ich bin schon 100.000 groß. Hä, warum das denn? Ich hab was gemacht. Ich weiß nicht mal, was ich gemacht hab. 50.000 und 135.000, Brexi. Wirklich? Ja, ich hab irgendwie ein Geschenk erhalten. Oh, oh, aber ein Großer kommt zu mir. Er wird dich aufessen. Oh Mann, er wird das niemals schaffen, Leute. Und, äh, ich versteck mich hier. Er ist stehen geblieben. Er lässt mich, glaube ich, hinbekommen. Er, er kommt, er kommt! Brexi! Und, umgedreht. Der hat gar keine Chance, der Blödmann hat. Oh, ich hab nochmal 3.000 bekommen. Er lässt mich einfach in Ruhe. Ich glaube, er kommt jetzt zu dir. Ja, er kommt zu dir, Brexi. Ich geh jetzt andere Leute aufessen. Ich geh in die Mitte. Da ist doch die Schutzzone, oder nicht? Äh, natürlich nicht. Da ist die PvP-Zone. Ich glaube, ich kann ihn essen, Odi. Da kriegt man immer mehr, äh, Punkte, Brexi. Oh, schau mal. Der Erste hat schon eine Million. Das ist voll unfair. Oh Mann, ey. Wir müssen die irgendwie schlagen, Brexi. Ich weiß nur nicht, wie. Odi, der will mich essen hier. Ja, und der Große will mich essen. Aber ich werde jetzt hier vorne die zwei essen. Und dann werden die die sehen. In einer Minute kriege ich Geld. Und dann werde ich noch viel größer. Mann, was will der von mir, der Blödmann? Na, warte. Ich hab schon 361.000 Geld. Wie viel hast du? Äh, ich hab 3 Millionen. 3 Millionen? Mhm, 3 Millionen 391. Warum hast du so viel Geld? Brexi, ich kaufe euch jetzt Essen. Lass dich bloß nicht füttern. Geht jetzt auf mich. Soll er dich lieber essen? Du schmeckst besser. Nein, nein, nein. Tu ich nicht. Du schmeckst besser. Ich werde dich gleich essen. Dann werde ich ihn essen. Er will mich essen, Odi. Er will mich essen. Dann lass dich nicht essen. Geh nach rechts. Block ab. Block ab. Ich block auch ab. Ich block auch ab. Lass mich dich essen, Brexi. Oh, nee. Ich geh den hier. Ah, er will dich jetzt essen. Ne, er geht wieder auf dich, weil ich esse jetzt den hier vor mir. Der hat gar keine Chance. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, der Große ist wieder hinter mir, Brexi. Er will mich essen, Odi. Der wird dich auch gleich essen. Er wird niemals mich essen können. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich brauche hier den Speedball. Und ich habe Geschwindigkeit bekommen. Und Geschenk ist bereit. Boah, 4000 Dollar habe ich bekommen, Brex hier. Ich bin befreit, ich bin befreit. Ehrlich? Aha, der Große will den anderen essen. Ich esse den jetzt vor mir. Komm schon, bitte. Dann kriege ich 80.000 und wir können Drehrad drehen. Du auch? Äh, ich kann, glaube ich, noch kein Drehrad drehen. Aha, ich werde das gleich drehen. Oh, ich werde es jetzt schon drehen. Und was bekomme ich, was bekomme ich? Oh, ich habe einen Doppel-Potion-Trank bekommen, Brex hier. Wirklich? Ja, da unten, 22 Minuten lang. Richtig cool. Okay, die gehen jetzt gerade zu den Großen. Ich glaube, die wollen uns verfüttern. Aber dabei bin ich nicht dabei. Ich dreh einfach ab und ess dich jetzt. Oh, ich bin ein Ball. Guck mal. Na warte, ich will auch einen neuen Skin. Ich bin einfach ein Ball. Ich kaufe mir, ich habe eh voll viel Geld. Oh, die dreh dich um. Ess ihn, dreh dich um. Eine Krabbe. Ich habe mir eine Krabbe gekauft. Oh Mann, ich habe den nicht eingetotet. Ausrüsten. Guck mal, ich bin der Krabbe. Brex, wir haben ein kleines Problem. Entweder esse ich dich jetzt und esse ihn dann. Oder er isst mich und er isst uns beide dann. Ich esse ihn. Oh, oh. Du musst ihn essen, stell. Sonst isst er dich. Versuche ich doch gerade. Versuche ich doch gerade. Oh, du hast ein Problem, Brex. Nee, habe ich nicht. Er ist umgedreht, der Blödmann. Mann, der hat wieder eingegessen. Mann, der Typ hat jetzt Schutz. Ich kann ihn nicht mehr essen. Oh Mann, ey. Du musst lieber abhauen, Brex. Mann, der Erste hat 3,5 Millionen. Ich habe ein Problem, Odi. Du musst da einfach weg, Brex. Ja, ich bin weg. Die gehen jetzt auf mich. Wobei, ich kann den Hunderttausender hier essen. Die Achterkugel. Ich werde den mir jetzt holen, Brex hier. Oh, oh. Ich glaube, der will mich jetzt. Oh nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, oh. Die große Kugel kommt. Der hat einfach 3 Millionen. Der hat 3 Millionen. Wir müssen den irgendwie schlagen, Brex hier. Und wie sollen wir den schlagen, Odi? Oh, ich habe ein ganz großes Problem. Zwei Fette wollen mich essen. Und vor mir ist einer, den ich essen kann. Komm schon. Dann iss ihn doch einfach. Ja, leichter gesagt als getan. Der ist voll schnell. Oh, ich habe ihn gleich, Brex. Ich habe ihn gleich. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Mein Geschenk ist bereit. Und 8.000 nochmal oben drauf. 8.000? Ja, ich muss ihn essen, weil sonst werde ich gegessen. Ich muss ihn essen, sonst werde ich gegessen. Oh, 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 oh. Brex, 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 hilf mir doch. Ich darf drehen, warte doch. Mann, der ist viel zu stark. Oh, oh. Komm schon, jetzt. Oh, oh. Ich habe ein ganz großes Problem, Brex hier. Warum? Lauf da weg. Der hat 3 Millionen. Er ist hier. Oh, oh, oh. Der hat 6 Millionen. Wie hat er denn so schnell 6 Millionen? Weiß ich nicht. Er ist doch riesig, der Blödmann, ey. Aber mich kriegt er trotzdem nicht. Ich bin viel zu schnell für ihn. So. Wie viel hast du denn? 180.000. Ich bin Platz 3, Brex hier. Platz 3? Boah, nichts schlecht, Odi. Eigentlich muss ich dich jetzt essen, Brex hier. Dann komm doch, wenn du dich traust. Ah, komm schon. Boah, der Ford, wenn du den jetzt kriegst. Ich habe nichts gesagt. Du bist der Beste, wirklich. Komm doch. Komm doch, Odi. Ich habe eine halbe Million. Willst du mir helfen, Brex hier? Wie soll ich den denn essen? Guck mal, da vorne. Den kannst du essen. Dann kannst du mir den kleinen geben. Okay, warte. Ich gehe hier hin. Oh Mann, der hat den kleinen gegessen. Der Blödmann, ey. So. Jetzt laufe ich dem hinterher, der mich die ganze Zeit essen wollte. Genau. Ess ihn jetzt, Brex hier. Den werde ich sowas von essen, Odi. Du kannst das schaffen, Brex hier. Wirklich. Oh Mann, der eine hat schon sechs Millionen. Wie sollen wir das denn nur schaffen? Sechs Millionen? Oh, das ist voll viel. Das ist übel viel. So. Jetzt hat er ein Problem. Ich werde ihn sowas von aufessen, Odi. Komm schon, Brex, komm schon. Du kriegst das schon hin. Geh zur anderen Seite. Ja, und dann isst er mich, du Blödmann. Ich mache hier zu. Ess bloß nicht mich. Ich, pass auf. Mann, der dreht sich immer. Da darf sie nicht essen. Pass auf, komm nicht zu nah, Odi. Sonst esse ich dich. Geh weg, geh weg. Ich geh weg. Tschüss. Ich muss andere fressen, aber die sind nicht so groß wie wir. Mann, lauf einfach durch diese Säule, Brex hier. Du hast die... Mach, mach. Aber dann werden alle kleiner. Und das kostet voll viel. Das kaufe ich nicht. Das ist voll blöd. Oh, dann halt nicht. Doppelte Geschwindigkeit. Warte. Das kaufe ich mir nicht. Das ist mir zu teuer, Leute. Ich habe doch Tränke. Verwenden. Du bist aktiviert, oder nicht? Ich komme hier nicht durch, Odi. Ich komme hier nicht durch. Just Brex. Hat er dich ehrlich? Mann, er hat 17 Millionen. Er hat mich einfach gegessen, Odi. Mann, du bist echt schlecht. Ich kann da doch nichts für. Ja, klar kannst du was da dafür. Nein, kann ich nicht. Muss besser werden. Wir können den doch jetzt gar nicht mehr schlagen. Können wir doch. Wie denn? Sag mir, wie. Weiß ich noch nicht. Er wird jetzt auf mich gehen. Warte, ich helfe dir. Isst den 7000er, der bewegt sich nicht. Ich weiß, ich weiß. Da gehe ich jetzt gerade hin. Ich habe jetzt zweimal Speedboost bekommen. Hier essen. Komm her, du 7000er. Und schnapp. Gegessen. Brixi. Rara, ich werde dich essen. Was war das vorhin? Komm schon, komm schon. Oh, der Große kommt zu uns. Brixi, ich glaube, ich muss los. Ich komme hinter dir. Ich beschütze dich. Oh, oh, was willst du mit den 3000 beschützen, du Blödmann? Der hat gerade nur noch Augen für mich. Und ich habe einen Schild, der kann mir gerade gar nichts tun. Oh, ich esse ihn hier jetzt. Ess ihn. Ess ihn. Oh, der geht einfach zu den Großen. Oh Mann, ey. Ich glaube, die füttern den. Das ist doch voll unfair. Das ist echt unfair. Freunde, die cheaten einfach. Und wie findet ihr eigentlich, wie ich aussehe? Ich bin eine Krabbe. Große Krabbe, Mr. Starcrabbe. Oh, 26er, 26er. Ich muss den essen. Geh weg, Brixi. Geh weg. Ist ja gut, ist ja gut. Hallo. Er haut ab. Ess ihn jetzt. Er geht auf dich, er geht auf dich. Und, und. Namm. Komm schon. Ich drehe nach links und jetzt isst du ihn. Warte. Komm schon. Ich kann gleich wieder am Glücksrad drehen. Mann, ich kriege ihn nicht. Ich drehe wieder nach links. Das ist ja voll unfair. Gleich, gleich, gleich. Ich habe ihn gleich. Oh, komm schon. Mann, ey. Das ist ja übelst schwer. Er haut ab, Brixi. Aber er hat jetzt keine Chance mehr. Du ein Blödmann. 40.000. Er hat sich einen Buß geholt, der Blödmann. Und? Du schaffst das, Odi. Du schaffst das. Das ist viel zu schnell. Ich glaube, er will dich essen, Brixi. Er wird mich eh niemals kriegen. Ich bin viel, viel schneller. So, komm her, du Blödkopf. Mann, warum ist er so schnell auf einmal? Das ist unfair. Ich drehe jetzt an meinem Drehrad und dann wird er sehen. Komm schon, gib mir Speed. Und? Oh, 5.000 wiederbekommen. Oh, oh, da kommt der Fette. Brixi, ich glaube, der Fette hat nur Augen für mich. Ich glaube auch. Du bist der Größte. Oh, ich bin zweiter Platz, Leute. Immer noch. Und der Fette will mich essen. Will er dich immer noch essen? Ja. Er kommt hierher. Ich wurde aufgegessen. Von wem? Oh, Mann, Brixi. Ich habe das nicht mal gesehen. Das liegt am Skin. Ich brauche einen anderen Skin. Warte. Kauf mir jetzt den teuersten Skin. Für 750.000. 750.000? Oh, Mann, ey. Dieser große Brixi will mich essen. Ich bin jetzt die Galaxie. Ehrlich? So wie der Doofkopf hier? Hat er einen? Weiß ich nicht. Der sieht komisch aus. Und er will mich essen. Brixi, wir haben ein Problem. Warum? Ja, du hast ein Problem. Du kommst da gleich nicht mehr durch. Ich bleibe einfach hier stehen. Was will er denn machen, den Fettsack? Haha, fette Kugel. Fette Kugel. Kannst nichts machen. Fette Kugel. Brixi, schau mal. Bisher hat die Lust daran verliert. Dann bleibe ich so groß. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Er weiß nicht, was er machen soll. Er weiß nicht, was er machen soll. Oh, oh. Oh, ich habe ein Geschenk. Und zweimal Spin, Brixi, habe ich bekommen. Und nochmal drehen. Ja, klar. Und 10.000 bekommen und nochmal drehen. Und nochmal drei Spins. Boah, Brixi, warum darf ich so oft drehen? Das ist ja richtig cool. Das ist ja mega cool, Odi. Und nochmal 5.000. Und ein Spin noch. Komm schon, noch mehr Spins. Und nochmal 10.000. Ich habe jetzt richtig viele Punkte. Ich habe 300.000. Sehr gut, Odi, sehr gut. Aber der eine hat auch schon 300.000. Du hast 164.000? Ja. Wie cool. Das ist nur, weil dieser Blödmann auf mich wartet. Ich werde jetzt alle aufessen, Odi. Nein, 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 nein. Ich dachte, der ist auf K, du Blödmann. Tschüss, du Doofkopf. Oh, 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 oh. Ich versuche es, ich versuche es. Brixi, wir haben gleich das Problem. Ich esse ihn, ich esse ihn. Oh, er kriegt mich nicht. Ha. Ich komme zu dir, Brixi. Na, na, na. Ich komme. Komm doch, Odi. Du wirst mich niemals kriegen. Na, warte, Brixi. Du bist so lecker. Hm, du siehst so lecker aus. Du wirst mich niemals kriegen, du Dulli. Ich komme. Ich brauche einen neuen Skin, Leute. Okay, welchen kaufen wir uns? Hm, Mann, ich kann mir... Nee, den kann ich mir nicht holen. Boah, die Fledermaus sieht auch cool aus. Oder der Hai hier. Ich hole mir den Hai. Brixi, ich bin jetzt ein Hai. Bist du ein Hai? Komm zu mir, du kannst ihn essen. Kann ich nicht. Oh, du kannst ihn wirklich nicht essen. Ich muss den da oben essen. Oder ich esse einfach dich. Nein, verschwinde. Brixi, komm her. Ich bleibe einfach in der Ecke stehen. Dann isst dich der 18-Millionen-Typ. Kann er gar nicht. Kann er wohl. Nein, du wirst entweder du oder ich, Brixi. Oh, nee, verschwinde. Brixi. Der Typ kommt, Odi. Der Typ kommt. Guck mal, ich komme von hier jetzt. Und dann esse ich dich von der anderen Seite. Und dann esse ich dich von hier. Der Typ kommt, Odi. Viel Spaß. Der kommt gar nicht. Er kommt. Er hat 22 Millionen, Brixi. Wir müssen abhauen. Wir müssen abhauen. Odi, lauf. Oh, Mann, ich lauf schon. Brixi. Du blöd. Ich hab grad gedreht. Ich hab dich ausgedrickst. Nee, 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 nee. Du bist so einblödig. Ich hab 6.000. Ich hab gerade gedreht gehabt. Jetzt hab ich aber ein kleines Problem. Warum? Jetzt pass ich in die Zwischenräume nicht mehr rein. Das heißt, der 2 Millionen, der wird mich essen. Oh, oh. Oh, oh. Mann, der ist so dick und groß. Ich hab schon 22.000. Komm schon, komm schon, komm schon. Muss ein bisschen drehen. Dann kann er mich eh noch nicht essen. So. So, jetzt esse ich den hier. Geschwindigkeit. Komm, Geschwindigkeitsboost. Ja, ja, ja. Ich kann den jetzt abziehen. Ich kann den jetzt abziehen. Für 10 Sekunden hab ich den, Brixi. Dann zieh ihn ab. Er versucht, er versucht, er versucht. Aber er schafft's nicht. Ich bin schneller als er. Bam, bam, bam. Okay, Leute. Das war richtig knapp gerade, Brixi. Nein, nein, nein. Ich bin stuck. Ich bin stuck. Oh, oh. Odi, du wurdest einfach aufgegessen. Aber egal. Ich war der zweitgrößte, Brixi. Darf ich sagen? Ich hab gewonnen. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Falls ihr mal mitspielen wollt, müsst ihr das Video auf jeden Fall liken. Und checkt mal im besten Wollend Brixi aus. Und falls ihr noch mehr Videos sehen wollt, hier zwei sind, hier oben sind richtig coole. Tschüss.